Hallo ihr Lieben, der Sommer ist endlich da. Ich hoffe bei euch auch und ich hoffe ihr konntet den Sommer auch schon genießen. Hier in München waren es die letzten Tage um die 30 Grad und ich war auch schon ein paar Mal am See, an der Isar und konnte das Wetter genießen. Und im heutigen Video soll es sich um Badehosen drehen. Überall sieht man Bikinis für Frauen, aber irgendwie redet keiner über Badehosen für Männer. Und deswegen dachte ich mir, ich suche euch mal vier verschiedene Modelle raus, die mir persönlich gut gefallen und vielleicht ist ja auch was für euch mit dabei. Wir legen gleich los mit einer Badeshorts. Ich weiß, dass sich die meisten in Badeshorts am wohlsten fühlen. Und da habe ich diese hier von Happy Socks. Ihr kennt vielleicht die Marke Happy Socks von den Socken und die stellen auch Badeshorts her. Ja, da habe ich dieses Modell. Finde ich sehr schön im Sommer. Irgendwie kann man im Sommer auch mal so was Buntes tragen und ist echt ein Hingucker auf jeden Fall. Ich zeige sie euch auch angezogen, dann seht ihr mal wie sie aussieht. Ich mag auch die Länge, sie ist nicht zu lang. Hat hier so zwei blaue Bänder zum Zumachen. Hinten keine Taschen, aber zwei Taschen an den Seiten. Das Material ist auch richtig gut. So ein ganz dünner Stoff, der auch schnell trocknet, was auch immer wichtig ist. Und ja, von mir ein Favorit auf jeden Fall. Machen wir weiter mit einem anderen Modell. Und zwar diesem hier. Das ist von der Marke Carioca Wear. Das ist eine brasilianische Marke. Ich habe selbst die Badehose auch in Rio gekauft. In Brasilien ist es total normal, so eine Badehose zu tragen. Dort ist es eher unüblich, dass man in Shorts an den Strand geht, eben weil sie lange nass sind. Und weil man auch diese unschönen, ja, Ten Lines bekommt, die in Brasilien keiner haben will. Und eigentlich auch hier keiner haben will. Weil man halt dann echt immer bis zum Knie weiß es eigentlich. Und das lässt sich hiermit eben vermeiden. Die hier passt super gut. Ich habe sie im Laden in Rio gekauft, gleich am Strand von Ipanema. Aber die haben auch einen Online-Shop. Es gibt total viele Modelle, immer wieder neue Kollektionen, verschiedene Muster. Und die Qualität ist echt sehr hochwertig. Passt super gut. Es gibt verschiedene Schnitte auch. Also schaut euch gerne mal die Seite auch an. Ich verlinke euch alle Links und alle Badehosen sowieso unten mal. Genau. Das Innenfutter ist auch richtig schön, was man leider gar nicht sieht. Hier mit dem Logo auch. Ist auch in Brasilien hergestellt. Und ich habe mich für dieses Modell in schwarz entschieden. Es gab noch ganz viele andere Muster. Ich konnte mich echt kaum entscheiden. Habe mich aber dann doch für klassisch schwarz entschieden. Sie sind nicht ganz billig. Ich habe, glaube ich, umgerechnet 60, 65 Euro gezahlt. Aber ich wollte unbedingt von der Marke eben eine Badehose haben. In Brasilien nennt man diese Art von Badehosen übrigens Sunga. Und dort gibt es die in jeder Ecke, in allen möglichen Farben und in etwas verschiedenen Schnitten. Manchmal sitzt man hier noch etwas länger. Ich habe jetzt dieses Modell gewählt. Aber es gibt auch welche mit längeren Seiten. Also für jeden was dabei. Hier an den Seiten ist noch die brasilianische Flagge. Und hier eben das Logo mit dem Hund. So, wir kommen nochmals zu einer Shorts. Da habe ich diese schlichte schwarze Badeshorts von Zara. Ich finde, Zara hat immer eine super Auswahl an verschiedenen Badeshorts in allen möglichen Farben. Die Länge finde ich auch super gut. Ist eben recht kurz. Passt super. Ich habe hier Größe M. Ich weiß noch, als ich sie gekauft habe, meinte der Verkäuferin an der Kasse, ist das wirklich ihre Größe M? Weil man kann sie dann nicht mehr zurückgeben, wenn man sie einmal anhatte. Was ja auch gut so ist. Aber ja, M passt mir super. Und wenn ihr mal bei Zara vorbeischaut oder auf dem Online-Shop von denen vorbeischaut, seht ihr ganz viele Styles. Und jedes Jahr gibt es da neue Kollektionen. So, dann kommen wir nochmal zu einer anderen Badehose. Nochmal einer Sunga, die ich auch in Brasilien gekauft habe. Und hier sieht man schon, die ist hier etwas breiter geschnitten. Also zum Vergleich zur anderen. Können wir ganz kurz schauen. Na. Genau, da sieht man schon, dass die... Ist jetzt schwer zu zeigen. Aber dass sie so, ja, drei Zentimeter länger ist an den Seiten. Die habe ich damals auch in Brasilien gekauft. In Recife im C&A. Fand das Muster sehr schön mit den Streifen. Und ja, ist vielleicht auch etwas für euch. Ich verlinke euch gerne mal solche Online-Shops, wo es auch so diesen brasilianischen Style gibt, unten in der Infobox. Und wollte euch einfach mal diesen Style hier zeigen, weil der hier einfach noch sehr unbekannt ist. Aber weil ich das einfach einen guten Kompromiss finde zwischen diesen ganz klassischen Speedos und Badeschorts. Genau. Gut, das waren schon die vier Modelle. Wenn ihr gerne noch mehr Modelle sehen wollt, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Dann mache ich gerne mal wieder so ein Video. Hinterlasst mir gerne einen Kommentar und erzählt mir, welche Badehose ihr am liebsten tragt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ich freue mich über einen Daumen hoch und über ein Abo. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.